Hey Leute! Wie immer bringen wir euch das Set der nützlichsten und erstaunlichsten Gadgets, die ihr im Moment kaufen könnt. Habt ihr euch jemals eine Uhr mit einer Curty-Tastatur oder einem Ring mit einem versteckten Stein vorgestellt? Marvel-Fans werden definitiv das realistischste Iron-Man-Modell zu schätzen wissen. Und auch für die Angler haben wir etwas Besonderes. Alle Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibungsbox. Okay, hier ist etwas extrem Relevantes, wenn man die aktuellen Gesundheitsprobleme bedenkt. Der Mophie UV-Sanitizer wurde entwickelt, um dein Telefon, deine Schlüssel oder deine Ohrstöpsel von allen Keimen und Bakterien zu befreien. Laut Hersteller entfernt dieses Ding bis zu 99% der schädlichen Partikel in nur 5 Minuten. Nun, wir haben kein Labor, um das zu testen. Ein akustischer Alarm benachrichtigt dich, wenn die Reinigung beendet ist. Und wenn du dein Handy dringend brauchst, kannst du den Deckel jederzeit öffnen. Das UV-Licht schaltet sich automatisch aus und schaltet sich beim Schließen wieder ein. Super praktisch. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Der Deckel hält nicht an seinem Platz, wenn du ihn öffnest, was etwas schwierig sein kann, wenn deine Hände beschäftigt sind. Der Mophie Sanitizer ist wirklich kompakt. Man sollte nur bedenken, dass das Gerät kabelgebunden ist. Er ist perfekt für Telefone verschiedener Größen und Marken geeignet. Dieses Schätzchen braucht weder Hitze noch Flüssigkeit, sodass es dein wertvolles Gerät nicht beschädigt. Außerdem kannst du dieses Gadget auch als kabelloses Ladegerät verwenden. Cool, oder? Es funktioniert mit jedem skifähigen Gerät und liefert eine Leistung von 10 Watt. Dank der blinkenden LED weißt du genau, wann das Telefon geladen wird. Reinigen und aufladen. Das ist definitiv eine gute Kombination. Dieses Mehrzwecke-Grillwerkzeug wird deinen Job um einiges einfacher machen. Verwende es, um dein Essen auf den Grill zu wenden. Diese beiden Spatel mit gezahnter Oberfläche bieten einen präzisen und sicheren Griff. Du wirst nie ein Stück fallen lassen. Und es geht viel schneller als mit einem normalen Spatel. Du kannst sogar deinen Grill damit reinigen. Die Reinigungsrillen entfernen mühelos Essensreste von den Stäben, sodass du keine Bürste verwenden musst. Und für den Fall, dass du keinen Flaschenöffner in der Nähe hast, gibt es hier ein. Das Werkzeug ist ziemlich lang, also hab keine Angst, dich zu verbrennen. Und die rutschfesten ergonomischen Griffe lassen es gut in deiner Hand liegen. Du kannst es mit einer aufsteckbaren Taschenlampe aufrüsten. So kannst du deinen Grill nachts beleuchten, während du die andere Hand frei hast. Dieser vielseitige Outdoor-Lautsprecher wird eine großartige Ergänzung für dein Fahrrad sein. Installiere ihn einfach an und genieße deine Lieblingsmusik während der Fahrt. Du kannst ihn entweder über Bluetooth mit deinem Handy verbinden oder ein Kabel verwenden. Es liegt ganz bei dir. Es gibt auch einen Micro-SD-Kartenslot, falls du dein Handy nicht mitnehmen möchtest. Und falls doch, dient der Lautsprecher auch als verstellbare Handyhalterung. Der langlebige, wiederaufladbare Akku garantiert 30 Stunden Spielzeit. Du kannst ihn sogar als Powerbank verwenden. Dank der wasser- und staubdichten Materialien, aus denen das Gerät gefertigt ist, ist schlechtes Wetter kein Thema. Und die leistungsstarken Taschenlampen leuchten dir den Weg, wenn du gerne nachts unterwegs bist. Was für ein großartiges Gerät, um es auf eine Fahrt mitzunehmen. Hier ist ein paar Flügel für deine GoPro, mit denen du erstaunliche Videos aus der Luft aufnehmen kannst. Das Gerät ist super einfach zu montieren und zu benutzen. Starte einfach die Aufnahme, dann schnappst du dir deine GoPro, schiebst die beiden Flügel ineinander und schraubst sie auf den Kopf. Und nun wirf sie in die Luft, um fantastische Aufnahmen zu machen. Wenn du mehr auf Fotos stehst, kannst du auch unglaubliche Selfies machen. Das Gerät muss weder aufgeladen noch kalibriert werden. Die Flügel sind bereits von den reibungslosen und stabilen Flug ausgelegt. Und mach dir keine Sorgen, dass deine Kamera kaputt geht. Der Kopf schützt dein Gerät vor Beschädigungen. Da dieses Ding mit einer breiten Palette von GoPros kompatibel ist, brauchst du jetzt keine Drohne mehr, um atemberaubende Videos zu machen. Endlich kannst du dir Filme auf einer großen Leinwand in deinem Garten ansehen. Dieser Projektor ist so klein und leicht, dass er problemlos in deine Tasche passt. Dennoch ist er mit seinem 5000 mAh Akku ziemlich leistungsstark. Und das stoßfeste Wasser- und staubliche Gehäuse macht das Gerät perfekt für Autoaktivitäten. Du kannst deine SD-Karte mit deinen Lieblingsfilmen einlegen, sie mit deinem Smartphone verbinden oder deine Lieblings-Streaming-Dienste und Apps nutzen. Der Autofokus passt die Schärfe des Bildes automatisch an und lässt sich Videos in 4K-Qualität genießen. Keine Lust etwas zu schauen? Verwende dieses Ding als Bluetooth-Lautsprecher, um deine Lieblingsmusik zu hören. Der Projektor kann auch als Laterne verwendet werden, wenn du eine brauchst. Eine tolle Ergänzung für dein Autoabenteuer. Dieses multifunktionale, tragbare Gerät ist wirklich ein Muss für Notfälle. Erstens ist es ein Radio, das sich über wichtige Nachrichten auf dem Laufenden hält, auch wenn du keinen Strom mehr hast. Zweitens kannst du es zum Aufladen deines Telefons verwenden. Der 2000 mAh Akku ist stark genug, um es stundenlang zu betreiben. Du kannst es sogar nutzen, um ein SOS-Signal zu senden. Und wenn du einfach nur etwas Licht brauchst, gibt es ein 4-LED-Leselicht und eine helle Taschenlampe für dich. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, dieses Ding aufzuladen. Von einem USB-Kabel und ein paar normalen Batterien bis hin zu Solarenergie und einer Handkurbel. Und hier ist eine etwas stärkere Option. Sie ist mit einem 4000 mAh Akku ausgestattet, der im Taschenlampenmodus 24 Stunden und mit eingeschaltetem Radio bis zu 12 Stunden durchhält. Es hat auch eine externe Antenne und einen Bewegungssensor. Mit diesem Ding bist du für jede Extremsituation gerüstet. Iron Man wird wieder zum Leben erweckt. Nur in einer kleineren Größe. Dies ist eine Figur deines Lieblingshelden im Maßstab 1 zu 6. Sie ist also etwa 30 cm groß. Das erste, was dir auffallen wird, ist, wie detailliert dieses Ding ist. Jedes Teil der Rüstung ist durchdacht, genauso wie Tony Starks Gesicht. Das Modell ist aus Druckgussmaterial gefertigt, was für eine große Haltbarkeit sorgt. Es verfügt auch über einige eingebaute LED-Lichter an den Augen, Handflächen und natürlich dort, wo der Reaktor sein sollte. Aber hier ist der coolste Teil. Dieses Modell kommt mit einer Reihe von austauschbaren Rüstungen. Du kannst sie miteinander mischen oder den gesamten Look ändern. Es liegt an dir. Neben der normalen Rüstung gibt es diese brutale geschädigte Rüstung und die, die sich in einen Anzugpott verwandelt. Es dauert nur ein paar Minuten, bis du die Teile ausgetauscht hast. Es sind also eigentlich mehrere Modelle in einem. Es ist nicht nur ein schöner Fotorahmen. Es ist ein leistungsstarkes, kabelloses Handy-Ladegerät. Das ist richtig. Stecke ihn einfach in eine Steckdose und lege dein Handy auf den Rahmen. Es beginnt automatisch zu laden. Du kannst den Fortschritt verfolgen, indem du die Lichter auf der Rückseite des Gadgets betrachtest. Es funktioniert mit allen Geräten, die Ski unterstützen. Sogar mit aufgesetzter Handyhülle. Und wenn ein fremdes Objekt im Weg ist, wird der Rahmen dich warnen. Er liefert bis zu 10 Watt Leistung, sodass der Ladevorgang nicht lange dauert. Der Rahmen selbst ist aus neuseeländischen Kiefer gefertigt. Wähle zwischen schwarzer und weißer Ausführung, damit er zu deiner Einrichtung passt. Und da es sich um einen Rahmen handelt, kannst du ein paar Fotos hineinstellen, dass es das diskreteste und originellste Ladegerät ist, das du finden kannst. Jetzt wollen wir uns ein paar wirklich kreative Accessoires ansehen, die alle deine Freunde zum Staunen bringen werden. Beginnen wir mit diesem schönen Titanring, mit einigen Zahnrädern darin. Dieser elegante Mechanismus enthüllt den Stein, der sonst verborgen bleibt. Und hast du schon mal eine Handschelle an deinen Finger gesteckt? Dieser wirklich amüsante Ring kommt mit seinem eigenen kleinen Schlüssel. Du wirst ihn tatsächlich brauchen, um den Ring abzunehmen. Das ist ein Muss für junge Paare. Und hier ist ein cooler Fidgetring mit einem beweglichen Kolben. Sanft und befriedigend. Was auch immer du bekommst, diese außergewöhnliche Ringbox wird eine perfekte Ergänzung sein. Es gibt sie sowohl in schwarz als auch in weiß. Wenn du auf ungewöhnliche Mechanismen stehst, wirst du diese Fidget-Würfelbox definitiv zu schätzen wissen. Drehe einfach das Rad auf der Unterseite und schau, was passiert. Die goldene Version ist besonders schick. Mit diesem Kommunikator im Retro-Stil kannst du mit deinen Freunden auf die altmodischste Art und Weise chatten. Mit einer QWERTY-Tastatur in voller Größe und einem Langstrecken-Funkmodul ist er tatsächlich in der Lage, Nachrichten zu senden und zu empfangen. Das eingebaute 2-Zoll-LCD-Display macht die Texte gut sichtbar. Immerhin werden 80 Zeichen gut dargestellt. Alle deine Nachrichten werden zusammen mit der Kontaktliste auf dem internen Speicher abgelegt. Außerdem sorgt der interagierte Piepser dafür, dass du keine eingingene SMS mehr verpasst. Den Batteriestatus siehst du direkt auf dem Display. Und trotz der Oldschool-Aesthetik wird das Gerät mit einem normalen Micro-USB-Kabel aufgeladen. Einige Modelle verfügen sogar über eine beleuchtende Tastatur. Und dieses Ding ist so ziemlich das gleiche, aber es ist eigentlich eine Uhr. Du bekommst immer noch deine Tastatur, Speicher und so weiter, nur mit einem kleineren Bildschirm. Die Funkreichweite variiert zwischen den Modellen, also achte darauf. So würde eine Smartwatch in den 80er Jahren aussehen. Das Knüpfen von Knoten an deiner Angelschnur wird mit diesem praktischen kleinen Werkzeug viel einfacher. Es gibt ein spezielles Rad, mit dem du deinen Haken im Tool befestigen kannst und einige nützliche Haken, an denen du die Schnur aufhängst. Wenn es fertig ist, bekommst du mit ein paar einfachen Handgriffen eine perfekte Schlaufe. Das Tool ist extrem kompakt, sodass es nur für kleine Haken geeignet ist. Dank der Vollaluminium-Konstruktion ist es aber trotzdem sehr robust. Außerdem gibt es ein paar Ködernadeln, die direkt im Tool untergebracht sind. Dieses Ding ist sowohl für Profis als auch für Anfänger hilfreich.